Soll ich vielleicht auch da drüben nochmal vorarbeiten? Antrieb starten! Bei der drüben gibt es die so wirklich, wo ich drüber vorarbeiten kann. Hier noch dieses scheiß Weltraumkanon. Stehen da andere Dreck, Müll, ist da alles schon weiter drin. So, da ist auch voll. Die passen bei dir noch rein. Nicht mehr so viel, okay. Das sind jetzt vier, ein mehr bedeutet ich noch. Dann bauen wir noch so ein, komm. Achso, ja. Ich werde mal wieder angeschissen, schon recht. Wieso stehst du schon? Wir stehen auch echt immer noch überall drauf. Flugdeck bereit machen auf die Stationen. Habe ich jetzt alle verloren, oder was? Ich habe alle verloren. Oh Gott, was war ich? Nee, die, die... Die eiern nur irgendwo da draußen rum. Die Weed wird gescannt. Hör auf da draußen rum zu eiern. Flugdeck bereit machen. 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 Könnt ihr das auch noch abschließen? Könnt ihr das auch noch abschließen? Sehr schön. Achso, das sind meine, ja. Fast schon. Du hättest gesehen, die haben keinen Raumhafen mehr. Und so dürfen sie doch gar nicht mehr mich angreifen können. Das scheint dir nicht groß zu interessieren. Die Weed wird gescannt. Oh nein, das war es. Butterput schießen. Erst eins kaputt machen, dann das nächste. Okay. Alle Systeme im grünen Bereich. Maschinen einschalten. Ich war's hochgeschossen. Okay. Bereits hochgeschossen. Warten wir das mal fertig, dann kannst du gleich richtig losgehen. Nee, ich muss das ja alles erst noch eine Nummer zuweisen. Oh, das dauert auch nur in den drei Tagen. Hm, der Glitz-Effekt ist nur so. Ich weiß es. Was versteht? Benutzt die da überhaupt? Bomben? Ich bin mir so ganz sicher, dass das da sein soll. Egal, die Bomben ja schon mal alles nicht so platt. Dann kann ich gleich zur Erde weiter Maschinen bringen. Ach man. Baut uns auch Müll. Apropos Müll. Ähm. Was machen denn meine Truppen? So. Gleich geschafft. Okay. Dann holen wir euch schon mal wieder hier hin. Boah, ja. Wie will ich die denn alle absetzen? Oh, die haben hier einen Spaß gemacht. Von Bräuern noch ein paar Mücken. Ich hab keine Ressourcen mehr. Weil wir speichern. Mal. Und dann machen wir ein paar Bevölkerungslimits frei. Ich will die Truppen einfach im Kampf verheizen. Wie sich die jetzt in den Kampf geworfen hat, hat auch nicht so viel Zeit. Jetzt haben wir eine Flugdecke bereit machen. Alle Mann auf die Stationen. Flugdecke bereit machen. Wir werden angegriffen. Äh. Moment was? Was? Hat gesiegt? Moment. Sie wurden besiegt. Was? Ich hab verlobt. Moment was? Einen Moment. Ne? Okay. Ich darf sofort weg hier. Ähm. Ich darf das offensichtlich noch nicht zerstören. Weil. Ich würde immer damit aufhören, dass es zu zerstören. Danke. Okay. Brauche Zielaffen bereit machen. Brauche Ziel. Ähm. Ich darf das noch nicht zerstören. Okay. Okay. Dann eben nicht. Was? Ist das nicht das Endziel? Und so? Verstanden. Ich darf es offensichtlich nicht zerstören. Alle Mann auf die Stationen bereit machen. Ich darf es auch nicht zerstören. Also wenn du schon was angreifen willst, dann das da. Ich darf das offensichtlich. Also entweder darf ich das gar nicht zerstören oder noch nicht. Wir werden angegriffen. Ist ja richtig scheiße. Alle Mann auf die Stationen. Die Waffen bereit machen. Warum darf ich das nicht zu stören? Alle Mann auf die Stationen. Alle Mann auf die Stationen. Alle Mann auf die Stationen. Egal. Ähm. Hey richtig. Ich wollte noch ein bisschen ressourcen frei machen. Fertig Sir. Fertig Sir mit meinen ich. Mir nicht. Mir egal ehrlich gesagt. Mir egal ehrlich gesagt. Gut. Ehem. Ist jetzt alles voll? Es ist alles voll? Okay. Ein paar aufgabe. Ein paar aufgabe. wo sich gespeichert habe ich dachte nicht schön dass sie nicht abstürzt oder kein treibstück mehr hat okay dann darf ich das darf ich es nicht zerstören okay es geht hier ab nix so lange weil ich so irgendwas wo das noch das schleicht sich hinten an und verstehst du dich töten aber das ist der andere der hinterher fliegen keinen treibstoff mehr hat gut wir verlieren also wenn wir die erde jetzt schon erobern wir müssen also explizit erst den mond erobern ok ich nehme das jetzt einfach mal so hin tun so dass wir das nicht komplett bescheuert wäre die noch mal gold jetzt ganz toll jetzt wird es lustig muss das alles wieder ausladen ist mich doch verarschen ladet mal ab und das wird ja doch doch ich glaube mit der armee kommt es heute werden okay sind alle abgeladen hier soll jetzt drei nein 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 bloß nicht ich warte bereit ich warte bereit ich warte bereit Tore geschlossen verstanden Tore geschlossen so ladet mal voll hier bereit ich warte verstanden ich leg's mal weg du stehst nur noch den Weg hier rein voll alles voll ich warte ich warte ich warte verstanden so und danach müssten alle voll sein es dürfte ja keiner mehr rumstehen es wäre toll wenn das hinhauen würde ich warte ja würde sogar auch noch ich warte es hat tatsächlich funktioniert verstanden ach komm schon Jungs alle Mann auf die Stationen Flugdeck behalten ja das wäre schon die ganze was laufen die jetzt da runter ist total komisch ach so weil ich da hinten zugemacht habe wahrscheinlich ja braucht ihr Intelligenz fliegt mal nach hause hier kommen hier fahrt man da darf zu wollen verstanden gut hier ist Zeug ladet die am dümmsten am besten davon hier vorne müsste ich theoretisch schon mal ein Teil abladen können ohne dass die mich gleich angreifen dann könnte ich meine Truppen ordentlich abladen und ordentlich zuschlagen theoretisch in der Praxis verlange ich da schon ganz schön viel glaube ich was fliegst du denn auch in die beschissene Scheiße zusammen wird man nüchtern Junge das repariert euch nicht warum nicht warum repariert euch das denn nicht alle Mann auf die Stationen bereit machen das ist der Flieger die sind repariert ok werden die Flieger da drin auch repariert vor allem wie passen von den Dingern da 15 Stück bitte schon rein Waffen bereit machen ohhhh dieser Flieger KI ist ja der Wahnsinn cool ich kann scrollen äh raus und rein scrollen das sieht aus wie ich mich um rausbewegen ja wenigstens funktioniert die Turmtaktik noch wenn es schon keine Atombomber mehr gibt ist ja alles born da ist doch absurd ich will direkt mal rein fliegen danke das sieht es mit 2 aus 2 ist da oben flach soll mehr als rein passen würde wir werden angegriffen ich warte verstanden was hä wachmänner wir werden angegriffen wieso stehen da jetzt wieder wachmänner das soll denn der Unsinn ich geb den mal hier nicht anzuschieben ich muss erstmal abladen wenn meine Einheiten schon voll abgehen jetzt komm ab so 2 verpisst sich mal nach da unten und 3 ähm schießt mal alles hier in Stücke wir werden jetzt mal alles in Stücke schieben ich sage bevor die euch in Stücke schießen wir sind ja im Flughafen der ist ganz dahin was 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 die haben Titans willst du mich verarschen wieso haben die ja bischen Titans rumfliegen nein was der wirft ja jetzt eine Atombombe ab ne okay der wirft nichts ab weißt das gibt doch gar keinen Sinn jetzt oh Gott die haben diese scheiß Dinger hier fliegt doch mal da hinten hin er lauft mal da hinten hallo wieso was ist das ich sehe es doch wie sollen die Titans die nichts abwerfen was das ist ein Titanbomber aber der wirft nichts ab und der macht 35 Schaden was was haben die Entwickler von den Eddungen bitte schon genommen ah jetzt hat er was abgebrochen ich wollte gerade schon sagen er wirft nichts ab das stimmt was waren das was der gibt gerade nichts Sinn warum zur Hölle haben die hier zweite Weltkriegsflieger und was für die noch alles gar keinen Sinn ne das Ding jetzt bitte noch einäschern bevor ihr alle tot seid das Spiel ergibt gerade gar keinen was das ergibt gerade auf so vielen Ebenen gar keinen Sinn wir werden angegriffen was okay also erst mal wir machen das jetzt mal ganz anders und zweitens was 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 das gibt keinen Sinn das ist wenn wir mal ignorieren dass es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt und deswegen das hier schon mal gar nicht möglich ist ähm flug 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 wieso zur Hölle kommt da ein zweites Weltkriegsflugzeug aus dem Ding raus das ist was ich war traurig was spiel was was flug 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 also so gar keinen ich mein ernsthaft ich mein ernsthaft ich mein was was das Ding kann doch nicht mal fliegen das braucht eine Atmosphäre und so so ein Zeug und so alles ihr wisst schon Luft flug verstanden was 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 lief bei der Entwicklung des Addons schief das war ein anderes Entwicklerstudio und wieso stehst du schon wieder da draußen und das Null ist die Übersetzung von Zero also Zero hieß das Flugzeug und wir haben es halt einfach übersetzt zu Null großartig großartig ähm also irgendwas lief bei der Entwicklung des Addons gehörig falsch mal rein und nach sie hatten so gar keine Lust mehr kann das sein also nee so gar nicht also oder oder ich darf nicht mal einen Flughafen bauen warte mal kann man damit nicht ne was macht denn die Logi Bombe aber ich glaube nicht dass ich damit äh das da oben auch übernehmen kann so bin ich hier jetzt voll alle Mann auf die Station du bist voll ja ähm ich kann aber noch mehr bauen das ergibt auch keinen Sinn Flugdeck bereit machen ich probiere es einfach mal ich gucke einfach was das Spiel dann macht wenn ich jetzt hier gleich 15 von 16 drin stehen habe ich speichere vielleicht vorher nochmal bevor die dann gleich alle abgemetzelt werden wir werden angegriffen wir werden angegriffen jetzt wissen was passiert wenn ich hier gleich noch einen gebraucht habe ah ok es geht da nicht weiter alles klar Flugdeck bei Wien wird gescannt können diese kleinen Schiffe auch oder ich würde wieder irgendwo angeschissen naja dann machen wir es anstehen pfff eingegriffen ich bitte dich ok die halten nicht so richtig viel aus wie diese scheiß Kanonen aber ich habe die Masse das macht's halt die Masse macht's nicht da machst du nix das wird schon in die 425 hm das macht natürlich schon gar beschaden muss man sagen ja ihr bleibt warum bleiben die da drin keine Ahnung haben kein Boss rausgegeben ja hinter ist noch eine ist die letzte Frachttore geschlossen Frachttore geschlossen was ist das Lappen denn mal ab hallo ich guck besser mal was die da hinten so einen scheiß machen bevor die gleich alle tot sind sind gleich alle tot kann nicht komplett abladen das soll auch gar nicht das muss er nicht wir räumen hier ich habe mir echte Atombombe da glaubst du es und ich glaube das Zero Ding haben sie schon ab nein ernsthaft ein Raumjäger wird von einem 2. Weltkriegsflugzeug gejagt was soll der Unsinn wir werden angegriffen wir werden angegriffen wir werden angegriffen wir werden angegriffen verstanden rein mit euch verstanden das gibt doch gar keinen Sinn bereit flugdeck bereit machen flugdeck bereit machen hätte sie noch mehr was flugdeck bereit machen ok die großen Linger machen da was macht das überhaupt verheerender Todesstrahl wir fliegen da offensichtlich erstmal rum und wir werden alles nieder wow der war ja voll verheerend man hat ihn fast schon erwähnen müssen ich fahre von denen ist auch ab ja wunderbar ich werde irgendwo angegriffen acho Maschinen einschalten der brennt nur ein basier der heilt sie von alleine wir können da nicht hinfliegen glaube ich nicht Deswegen mal ab nach da, ab nach da.